Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Juni ist Nike und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 2. Juni 2014. Die Nike & Company mit Sitz in Beverton im US-Bundesstaat Oregon ist der weltweit größte Sportartikelhersteller. Mehr als 48.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von 25,3 Milliarden US-Dollar. 45 Prozent hiervon allein in den USA. Der Konzern hat 716 Millionen Aktien ausgegeben, diese befinden sich zu 83 Prozent in Streubesitz, die restlichen 17 Prozent hält das Unternehmen selbst. Die Aktie von Nike ist im Dow Jones gelistet und hatte ihr Allzeithoch am 6. Dezember 2013 bei 79,86 US-Dollar. Auf den tiefsten Stand fiel sie am 20. Oktober 1987 mit 0,40 US-Dollar. Den größten Tagesgewinn konnte das Papier am 27. Februar 2001 mit einem Plus von 19,46 Prozent erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 16,67 Prozent am 21. Oktober 1987 eintrat. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 1.590 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Renditewunsch und auch Markterwartung rund 870 Anlageprodukte und 720 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie von Nike ist damit ein beliebter US-amerikanischer Basiswert bei den Zertifikateanlegern in Deutschland. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.